New Horizon, eine neue Alternative zu Rega, Project und Co. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Zu einer neuen Vorstellung einer, ja man kann sagen, relativ neuen Marke, einem neuen Hersteller am Markt, wenn es um Schallplattenspieler geht, es handelt sich um die Marke New Horizon. Erstmal vorab, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Also ich habe die dieses Jahr in München auf der High End zum ersten Mal gesehen. Die hatten da einen eigenen Stand und da standen da die Plattenspieler und da dachte ich, hä, kennst du ja noch gar nicht. Liegt daran, die Marke wurde auch erst 2016 in Italien gegründet von Francesco Mazzoli und dieser hat seine Plattenspieler auch zum ersten Mal im Jahre 2020 auf der High End vorgestellt, also allgemein erstmal dem Publikum zugänglich gemacht. Daher sind die dieses Jahr in Wirklichkeit erst drei Jahre am Markt. Also aus Italien, made in Italy, wirklich komplett, Zarge, Motor, Tonarm, ja bis auf den Tonabnehmer natürlich, kommt hier alles direkt aus Italien. Und ich dachte mir, Mensch, die sehen ja interessant aus, vor allem so im Bereich um die 500 Euro oder deutlich unter 1000, so als Alternative zu den üblichen Verdächtigen wie Project, Rega etc. Das Modell, das ich hier habe, das ist das Modell 129 Euro. Es gibt aber auch noch zum Einstieg einen kleineren Plattenspieler von New Horizon, der nennt sich 121, ist vom Prinzip her, wie man so schön sagt, ein klassischer Brettschenspieler. Der 129 wie auch der 121, das sind klassische Riemenantriebe und normalerweise kommt der 129 mit einem Audio-Technica 91R Tonabnehmer-System. In meinem Fall war hier zu Testzwecken ein Audio-Technica 450 verbaut, beides MM-Tonabnehmer-System. Also begeistert war ich zum ersten Mal von dem Lieferumfang. Teilweise nur Kleinigkeiten, aber ich fand es cool. Also erstmal, klar, war natürlich ein Stromkabel dabei dementsprechend und ein Kabel zum Anschließen des Plattenspielers. Und dabei war eine recht schön bebilderte Bedienungsanleitung, wie ich finde. Das hilft. Durch diese Zeichnungen kann vielleicht ein Einsteiger viel einfacher damit klarkommen, wie nur mit einem Text. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Fand ich wirklich cool, kompakt, übersichtlich. Zack, sieht man so die wichtigsten Handgriffe. Finde ich super. Dabei war auch für den New Horizon übrigens 9 Zoll Tonarm, der da drauf ist, eine Schablone zum Einstellen. Könnt ihr hier noch abschneiden. Hier in der Mitte müsst ihr präzise das Loch machen, wo die Schablone dann auf die Spindel kommt. Und dann kann man hier den Tonabnehmer, wenn man den mal wechselt, dementsprechend einstellen. Ganzes hier auf Italienisch und auf Englisch beschrieben. Finde ich auch super. Und auch klasse finde ich, dass gleich eine Waage dabei ist. Also jetzt keine richtige Waage, wie man sich sie im Zubehör kaufen kann, sondern eine Lösung, eine Art Wippe, die man aber benutzen kann, um die Auflagekraft zu überprüfen. Auch das ist erklärt. Das finde ich auch super, dass sowas dabei ist und muss auch sein, denn bei dem Tonarm hat man hinten keine Skala am Gewicht. Das heißt, selbst wenn ihr den Tonarm ausbalanciert, könnt ihr nicht anhand einer Skala am Gewicht hinten eindrehen, wie viel Auflagekraft ihr habt. Also ihr seid quasi gezwungen, eine Waage zu benutzen. Deswegen eigentlich auch Pflicht, dass das dabei ist. So, verbaut ist hier ein invertiertes, umlaufgeschmiertes Lager. Dadurch hat man eine sehr geringe Drehreibung und maximale Geräuschlosigkeit. Also kann ich auch bestätigen, man hört so gut wie nichts, wenn das Gerät dreht. So soll es sein. Auch der verbaute 24 Volt Gleichstrommotor tut, was er soll. Und ich muss hier wirklich sagen, auch das ist für mich echt ein positiver Punkt. Der wirkt sehr solide und stark auf mich. Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwie so ein Plattenspieler anmacht und der braucht so ewig, bis er läuft. Oder wenn er eine Platte auflegt und nur ganz leicht an den Teller kommt, wird das schon langsamer. Also man hat hier wirklich das Gefühl, der dreht wirklich sehr gleichmäßig und auch kraftvoll. Also finde ich gut. In der Kombination, wenn es jetzt um den Antrieb geht, kann man hier bei dem Plattenspieler nicht über einen Schalter umschalten zwischen 33 und 45 Umdrehungen. Aber das haben andere in der Preisregion auch nicht. Und ich finde, der Wechsel hier von 33 auf 45 ist trotzdem super praktisch gelöst. Also man hat es ja oft, dass man dann wirklich den kompletten Plattenteller abnehmen muss, dann da den Riemen wechseln muss, Plattenteller wieder drauf. Das ist natürlich etwas aufwendiger. Hier muss man wirklich nur, wie ihr jetzt hier seht, hinten am Antrieb den Riemen auf die höhere Position oder auf die niedrigere Position bringen. Also unten habt ihr 33 und wenn ihr das nach oben macht, zu dem größeren Durchmesser, habt ihr 45 Umdrehungen. Und also das geht im Prinzip fast genauso schnell, wie wenn ein Schalter dran wäre. Und man muss nichts abbauen oder abheben. Also finde ich sauber gemacht. Wie auch schon am Anfang gesagt, ist auch der 9 Zoll Tonarm von New Horizons selbst. Und das Ganze ist in einem speziellen 3D-Druckverfahren entstanden. Es handelt sich dabei um ein Sandwich-Prinzip aus Nylon-Komposit. Und im Inneren befindet sich Aluminium. Ja, ich kann so gegen den Tonarm auch absolut nichts Negatives sagen. Ja, wobei doch, es gibt so zwei Kleinigkeiten, die mich etwas stören. Zum einen wäre es die Tonarm-Ablage. Die ist nach oben hin geöffnet und nicht nach der Seite. Vielleicht liegt das auch an mir, bin ich da ein bisschen kleinlich. Aber ich mag es, wenn ich von einer Höhe her den Tonarm in eine seitliche Öffnung, in die Ablage bringen kann und nicht erst nochmal nach oben heben muss und von oben runter in die Ablage drücken muss. Das kenne ich irgendwie von anderen. Das ist irgendwie so eine Bewegung. Das ist bei mir so drin und es fällt mir schwer, den irgendwie oben rein abzulegen. Aber das ist natürlich jetzt eine Kleinigkeit. Eine weitere Kleinigkeit ist hinten am Tonarm, wo wir das Gewicht zum Einstellen haben. Da befindet sich zwischen dem Gewicht und dem Tonarm nochmal so eine Art Gummipuffer. Das ist da drüber gestülpt hinten. Das, finde ich, sieht nicht besonders aus. Dient aber wahrscheinlich dazu und ist auch sinnig, dass das Ganze hier irgendwie auch noch voneinander entkoppelt ist, das Gewicht und der Tonarm hinten. Und es ist einfacher, präzise das Gewicht einzustellen. Also man dreht hinten den Imbus in dem Gewicht los und dann kann man es da drauf bewegen. Das ist quasi saugend. Also da verrutscht man mal nicht so einfach, wie wenn das jetzt nicht dazwischen wäre. Also ist wahrscheinlich sinnvoll, finde ich aber optisch nicht so der Hit. Ansonsten habt ihr hier hinten natürlich noch eine Möglichkeit, für Anti-Skating einzustellen. Und das ist auch so gelöst wie bei zum Beispiel Project, bei den Debüts oder so, wo einfach ein kleines Gewicht über ein Stück, über ein Seil da an drei Positionen eingehängt werden kann. Standardmäßig ist es hier die Mitte. Lässt sich einfach machen. Hält ist es nicht, dass man ewig braucht, um das reinzufummeln. Funktioniert. Auch ganz cool von New Horizons finde ich die Möglichkeit, dass man seinen Plattenspieler dann später auch noch ein bisschen tunen kann. Zum Beispiel ein zweifacher Riementrieb. Also hat man dann quasi ein Doppelriemen und hinten der Aufsatz, wo der Riemen am Motor ist, ist dann auch mit jeweils zwei Rillen, um einfach die Zugkraft noch ein bisschen zu erhöhen. Aber wie gesagt, hier finde ich jetzt wirklich auch standardmäßig, ist das schon sehr gut. Dann gibt es wie bei so vielen Herstellern auch noch ein hochwertigeres Netzteil zu den Plattenspielern. Ich blende euch das hier mal ein. Ist dann jemand, der sagt, Mensch, er will hier wirklich noch mehr rausholen. Und ja, ist im Prinzip auch ein zusätzlich schickes Gerät, das man sich hinstellen kann. Kann man ja mal testen. Die Möglichkeit hat man. Es gibt andere Füße, austauschbare, wobei ich auch diese, ja, sage ich jetzt mal, leicht gummierten Füße solide finde. Aber wie ihr seht, das nur nebenbei, ich habe die Lehmann Audio Geräte Füße drunter. Und die sind für so einen Brettschenspieler quasi wie gemacht. Also das bringt eigentlich immer was. Meiner Meinung nach viel luftiger, offener, transparenter. Dadurch hat mir Spaß gemacht, die hier einzusetzen. Und wie gesagt, aber New Horizon selbst bietet auch Füße zum Tuning. Und der Plattenspieler kommt zwar ohne Plattentellerauflage, aber auch hier gibt es von New Horizon eine spezielle Alcantara-Plattentellerauflage. Die habe ich jetzt leider nicht. Das hätte ich, glaube ich, gerne noch getestet. Aber ich kann zur Plattentellerauflage hier was sagen. Ich habe hier so eine standardmäßige Filz-Plattentellerauflage. Und ich muss sagen, ich habe in der Kombination hier bei mir mit dem Plattenspieler lieber mit der Filzauflage als ohne gehört. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mit der Plattentellerauflage hatte alles irgendwie mehr Substanz. Manchmal waren Sachen dadurch für mich irgendwie deutlicher ortbar. und ohne die Auflage war eventuell bei dem ein oder anderen Stück das ein oder andere ein bisschen zu stark oder zu luftig in den Höhen. Ich weiß es nicht anders zu beschreiben. Also bestimmt auch Geschmackssache. Wie gesagt, mir hat er mit einer Plattentellerauflage irgendwie besser gefallen. Und so kommen wir auch allgemein mal zum Klang. Also ich kann den natürlich jetzt nicht mit meinem Dr. Feigert vergleichen, mit dem ich sonst in der Regel höre. Aber ich muss sagen, ich finde in der Preisregion, wenn wir jetzt einfach mal ganz grob sagen, um 500 Euro, ist das eine sehr, sehr solide Leistung. Und ich vermisse in der Preisregion nichts. Also der spielt sauber. Ich habe es schon gesagt, man hat das Gefühl, dass der sehr sauber läuft. Der Motor ist zugstark. Es ist eine gute Bühne da. Eine gewisse Tiefe wird dargestellt. Er spielt dynamisch. Und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, oh, wie schade, da fehlt mir aber hier oder da was. Also ich finde es einfach rundum eine ausgeglichene, solide Leistung von dem Plattenspieler. Und es ist natürlich, Leute, ganz klar, ganz stark davon abhängig, auch was für einen Tonabnehmer ihr benutzt. Ich hatte das Ganze jetzt natürlich, wie gesagt, mit diesem Audio-Technica, mit dem 450er. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem standardmäßigen 91R klingen würde. Aber ich würde mir bei so einem Plattenspieler wahrscheinlich ein bisschen größeren Tonabnehmer drauf machen. Vielleicht was Größeres von Audio-Technica oder von Nakaoka, irgendwie so ein MP110 oder so irgendwas. Das würde, glaube ich, super drauf passen. Ja, ach so, gelaufen ist das bei mir übrigens über den Soul Note A1 und als Phonostufe Lehmann Audio Black Cube SE 2. Ihr kennt sie, die Sven Feld Edition. Ja, für wen ist der Plattenspieler? Ich finde, der Plattenspieler ist für alle, ja, auch Einsteiger, die sich einen neuen Plattenspieler in der Preisregion kaufen möchten, die sagen, ich möchte jetzt mal nicht die Standardshersteller kaufen, hätte gern mal was anderes, möchte ein rundlos, sorglos Paket, wo wirklich alles schon mitkommt, Schablone, gute Erklärung auch für Einsteiger, diese kleine Waage, Wippe, habt Möglichkeit, das Ganze zu tunen, über Zubehör von New Horizons selbst oder natürlich, wie bei vielen anderen Plattenspielern, über einen anderen Tonabnehmer. Und da ist man sicher erst mal gut versorgt. Also ich finde, definitiv eine gute neue Option. Falls ihr noch mehr zum Thema Hi-Fi, Schallplatte, Zubehör etc. sehen wollt, seid doch so nett und lasst mir ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann.